Hallo meine Hälften und herzlich Willkommen bei Struggle Play! Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr zuschaut. Ich hoffe, Technik funktioniert jetzt soweit, so gut. Falls nicht, gebt ihr bitte Bescheid. Eigentlich wollte ich hier mein Bang-Boo ändern, aber es geht nicht. Und ich sehe gerade, ich habe jetzt ein Donation-Goal eingefügt. Aber ich glaube, das müsste eventuell noch... ...hinter... ...die Stream-Arbeit hast. Okay, hm. Moment. Aber vor... ...den Chat. Oh mein Gott, ist das kompliziert! Ich sollte einfach nichts Neues einfügen. Alleine! So. Oh, ist jetzt mein Bang-Boo? Da ist er. Okay, so. Perfekt. Perfekt. Jetzt läuft er über das Donation-Goal. Ich glaube, das sieht besser aus. Aber er ist hässlich! Ich hätte mir gewünscht, das ist ein anderer. Ich hätte mir gewünscht, das ist ein anderer, aber naja. Naja. Und ich dachte ja auch jetzt, ich muss noch 40 Sekunden warten, aber es sind 40 Minuten. Anscheinend kannst du nur alle Stunde deinen Bang-Boo ändern. Das finde ich blöd. Das finde ich blöd. Aber was sollen wir machen? Dafür ist es heute irgendwie mit der Größe richtig. Riesig. Das war ja, am Dienstag waren die irgendwie noch so riesig. Und ich konnte die gar nicht über den ganzen Bildschirm laufen lassen. Naja. Naja. Ja. Ähm. Was gibt's Neues? Ich bin immer noch sauer. Ich bin immer noch heftig sauer. Ähm. Also Grandia zu spielen hat nicht geholfen. Deshalb dachte ich, versuchen wir es heute mal mit Fields of Mysteria. Ob ein cozy Game mich ein bisschen runter bringt. Falls nicht, versuchen wir es nächstes Mal mit Baldur's Gate. Vielleicht bringt, äh, bringt mich ja ein bisschen runter andere Menschen umzubringen. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Ja. Heute ist jedenfalls mal wieder Fields of Mysteria dran. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Weil es jetzt auch schon wieder länger hierher ist. Weil ich ja ein bisschen krank war. Und letztes Mal, wo ich gespielt habe, war es auch so dermaßen heiß. Da hat mein Gedächtnis dann komplett, komplett abgeschalten. Wie es aussieht. Also ja, ich habe keine Ahnung. Wo wir waren. Was passiert? Wieso mein Announcement nicht kommt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ja. In dem Fall, ähm. Moment. Schalte ich uns um. Ich versuche es. Hier. Neue Szene. PC. Und ich, äh, setze mich noch ein bisschen um. So. Und dann gehen wir ins Spiel rein. Sonst funktioniert nämlich wieder mein Controller nicht. Und ich mache den Kabelsattler hier noch ein kleines bisschen. Besser. So. Funktioniert das? Ja. Okay. Dann gehen wir mal ab. Continue. Und schauen, wo wir waren. Ah, ich weiß. Okay. Mir fällt es wieder ein. Es ist abgestürzt. Es ist abgestürzt bei diesem einen Fest. Bei diesem einen Fest. Jetzt kommen nämlich gleich, ähm, Selin, glaube ich. Genau. Oh, I was just about to knock. Und nimmt uns wieder unsere Blümchen ab. I'm here to pick all the breath of spring you collected so that we can start the final count. Moment. Moment. Mein Bildschirm hier passt auch noch nicht ganz. So. Und wohlwissend, dass die sowieso den ersten Platz macht. Ja. I've gotta run. Hope to see you at the festival. Ja, ja. Ja. Also Selin, ich war ja eigentlich ein großer Fan von Selin. Aber ich glaube, die bescheißt. Ich glaube, die nimmt die Hälfte von meinen Blumen bestimmt für sich selber. Und deshalb verliere ich dann auf dem Fest. Und cool, Selin. Und cool. Oh Gott. Wie ging das denn hier nochmal? Moment. Ich hatte eine größere Gießkanne. Ja, genau. Ah! Okay. Muss das auch noch richtig timen. Moment. Ist das Festival jetzt heute? Das Festival jetzt heute? Muss ich jetzt heute dahin? Oder morgen? You feel compelled to talk to Calderus statue. Ja, eventuell wollen wir ja auch den Drachen noch romance. Eventuell. I'm glad to hear you've helped the town replenish its reserves. Übrigens hab die Sound. Ja, ja. Müsste Sound haben. Ich weiß nicht, ob es zu laut oder zu leise ist. Ah! Und jetzt seh ich auch die. Warte. Warte. Moment. Geht's grad nicht weiter, ne? Und meine Nase juckt. Alles wie immer. Ähm. Warte. Warte. Ne. Eigentlich passt. Es passt. Warum sah das bei mir grad komisch aus? Es passt. Eigentlich passt alles. Theopraktisch. Theopraktisch passt alles. So. Ja. I'm glad to hear you've helped the town replenish its reserves. Struggle. Hab ich? Ah, jetzt hab ich wieder rausgelegt. Caring for the well being of others is admirable. Und dann, ja. Dann haben wir noch eigentlich... Dinge. Craft time will be reduced. Ja. Bonus sharp infusion. Hm. Crafting armor will occasionally result in a bonus 40. Ich nehme mal die kleinen erst. Schau mal. Was gibt's? Gab's denn noch Cooking? Dann wird auch schon die Zeit reduced. Turn one ingredient ist halt auch cool. Das ist eigentlich auch cool. Das ist alles cool. Das ist eigentlich auch cool. Das ist alles cool. Okay. Fish will become attracted to your bubble. Ich vermute mal, das ist der Haken. From a great range. Catching a fish will sometimes refund the stamina. Aber wir nehmen das. Und das. Jetzt haben wir nichts mehr für die Mine. Toll. Bang Buu. Immer noch pissig. Immer noch pissig. Ja, hallo. Alter, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich arbeiten soll. Ich bin richtig, richtig pissig und unmotiviert. Wie soll das funktionieren in Zukunft? Hä? Aber schön, dass du da bist, Gideon. Wie geht's? Wie geht's? Ist der Sound denn gut? Hier hat mir niemand geantwortet, ob der Sound denn okay ist, wie er ist. So, ich muss jetzt gucken. Ja, heute Spring Festival. Aber von wann bis wann ist das? Ich glaube, das war um 10, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich will jetzt nicht so viel Zeit damit freuen, ehrlich gesagt. Wer hat hier einen Stein auf mein Feld gelegt? Wer kommt hier nachts und legt Steine hin? Ah, das können wir noch nicht. Den! Ein Platz für Umwelt. Hier! Man sollte echt keine Pause machen, wenn man sowas spielt, weil ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, auf was wir hingearbeitet haben. Ich weiß, dass wir ein paar mal in den Minen waren. So, an und für sich. Ich weiß nicht. Greater Gold. Ist er auch nicht, Wiki meint ich. Heute bin ich wieder der blaue Rächer. Das finde ich schön. Ich weiß zwar immer noch nicht genau bei was. Ist das auch bei Subnautica noch? Oder? Eine Beere. Sorry. Wieso habe ich die gerade eingesammelt? Habe ich die da hingelegt und letztes Mal nicht eingesammelt? Sieht so aus. Wieso habe ich die nicht eingesammelt? Kein Platz mehr. Inventar. Schau auf deinen Kondostand. Vielleicht hilft das mit der Motivation. Ja, eben nicht. Da ist viel zu wenig drauf. Ja, jetzt ist es sehen. Jetzt komme ich noch zu spät. Sound passt. Okay. Im Chat. Be my Subnautica. Ne, danke. So, jetzt werde ich hier wieder betrogen. The moment you've all been waiting for is here. It's time to announce the tree. The three people. The tree people. So gerade 100. The 100. Gibt es auch tree people. The three people who turn in the most breath of spring flowers. In third place. Struggle. Not too shabby. Ja, aber so gut ist das jetzt auch nicht. In second place. Errol. Gibt gar nicht aus, als würde er viel Blümchen sammeln. How exciting. And finally in first place. Celine. Die Blumenklauberin. Oh my gosh. Er ist so überraschend. Jedes Jahr dasselbe, wie ich mir habe sagen lassen, aber er ist so überraschend. Und er sieht das wieder. A big congrats to all our winners. And thank you all for being part of our spring festival. Please enjoy your prizes. Aber wie ist das Gideon? Und du hast gesagt, ähm, das ist jetzt Subnautica 1. Und kommt bald schon der dritte raus und den zweiten hast du nicht gespielt. Oder wie war das? Way to go, Struggle. Also wir haben das ja alles schon gehört. Deshalb lese ich das jetzt nicht nochmal alles vor. Das zweite Mal hier. Henrietta. Komm Henrietta, haben wir was für dich. Kannst du auch ein Schmetterling essen? Ich will hier kein Schmetterling geben. Ah, da freut sie sich. Pet kann ich auch noch. Hey, das ging letztes Mal aber nicht. Also petten konnte ich Henrietta nicht. Would you like to turn in this request? Jo, okay. Looks like you are ready for your crafting lesson. Down is Towsy. Come on, I just need to get a few things together first. Wie jetzt? Halt! Wieso denn jetzt? Wir sind mit dem Festival, Rias. So this is where you will be crafting today. Feel free to use it at any time. There is also crafting station in town. And you can even buy one from us to place on your farm. Okay. Anytime you want tips, you only have to ask. Ähm, ich will zurück auf Festival. Ich will das Marsch jongliert. I think you will find being able to make your own fences handy. You can use them to section off your land to keep your farm organized. They keep your chickens out of your corn and the weeds from overtaking your fields. They are great practice too. You will be on the bigger projects in no time. Ready to get technical about how to craft them? Let's start with my fencing lesson. Step 1. Open the crafting menu by interacting with a crafting station. Step 2. Select what you want to craft in the left side of the menu. Step 3. Material, skill level and time required are on the right. Step 4. Select OK to craft. New recipes can be purchased and discovered in a variety of ways. Unlock skill perks to create infused items with special attributes. Äh, das Infusioniere... Okay, sie... Okay, ich... Ich mach den Tisch kaputt. Meist sie dann. Ich säg erst mal den Tisch auseinander. I'll say. Let's help you make a few more sections of fans while you're here to make sure you've got the hang of it. Ja, ich dürfe das jetzt auch gar nicht alleine machen irgendwie. Okay, darf ich auch nicht. Find ich jetzt auch komisch. Was ist das denn für ein Tutorial? Und wir wurden Fans. Ja, klar! Und jetzt bin ich hier wieder alleine! Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Wir können ja auch einen Podcast machen. Ich hab auch den perfekten Namen. Ich dachte ja, in zu viel Zeit zu wenig Problemen. What? Happy Spring Festival! I made Henrietta her traditional flower crown this morning. Oh! Of course she already ate it. Oh nein! Ja! Ich hätte so gern deine Krone gesehen. Can she help you with something? Ja. Oh, nicht das. Das. Ja. Ich liebe das. She didn't help me gather the flowers that go into tea. Sehr yummy. Apropos Tee. Ich schenke mir kurz Tee ein. Ich hab mir Tee gemacht. Aber... Er hatte noch nicht gezogen, als ich den Stream angemacht habe. So. Tee. Die gute Nierenblasen Tee hab ich wieder gemacht. Don't you try it in your own though? Trust me. A festival with so many flowers is sure to bring out all my favorite pollinators. What's your favorite struggle? Ich denke, Bienen? Ja. Oh, Beasts? Haha. Haha. They are so cute when they fall asleep inside a flower. Das sind aber doch eher bumblebees. Try something struggle. It's all really good. Maple! Du hast einen Stand. Okay. Okay. I've taste-tested all myself. Ah, dann gib mir doch was. Jetzt gibt's da Floral Tea und Coffee. Ah, wobei. Ich geb gar nicht schlecht Sachen zurück. Komm, wir kaufen ein. Bisschen, bisschen Gelder manchmal. Isn't this wonderful? It feels like Mystria has come back to life. What do you think about those booths? Booth? Struggle. We'll find craftsmanship, am I right? Aha, I still got it. Achso, die gemacht. Was ist das? Powercrown. Nein, das brauch ich nicht. Cosmetics brauchen wir erstmal nicht. Den ersten hab ich den Rest, den ich noch vor mir hatte, unter Angst und Mädchenschrei beendet. Durch den zweiten quäle ich mich grad durch und Subnautica 3 kommt 2025 raus. Und das hat endlich nen Multiplayer. Aber mit wem willst du das denn spielen? Aber 2025 ist ja noch ne Weile hin. Ich weiß das, weil ich hab das in meinem Gespräch gesagt. The western ruins are of particular interest to me because they yield a steady supply of agent artifacts from the era of the witch queen. Was? Die westlichen Ruinen interessieren ihn, dass da Artefakte von Hexenkönigin gibt. Was, Dowsie? Wie geht's zu Dowsie? Nein, nicht da. Dowsie seems to be wishing you a nice Springfest. Oh, das wünsche ich ja auch Dowsie. Yahoo! I'm going to ask Camelok to play a sea shanty next. Oh, das find ich gut. Was mit dir? I've been attending the Springfest every year since I was a child. It's wonderful to see the tradition is still going strong. Bis dahin? April, okay. It's too exciting that you play a struggle. I have to keep my eye on you next year. Oh, ich weiß nicht. What an unbelievable turnout. He has practically bussing. Der holt wieder. Der holt und seine Worte. What a turnout. I wish I had time to set up a booth this year. At least it means I can probably enjoy myself. Yeah, genau. Da waren Dekorationen. Das weißt du noch. Ich vermute, dass man hier einfach Sachen kaufen kann, die man auch gewinnen kann. Ich glaube, ich habe das gekriegt. Du hast alle 500. Love by everyone. Genau, das habe ich, glaube ich, gekauft, weil ich dachte, okay, vielleicht kann man das mal jemandem schicken. Ich bin trying the fast for a bro, nicht wirklich. Hm, yeah, I guess. Ach so, der redet mich. Die Atmosphere is certainly enough to make one cheery. Oh, Toots. Speaking of which, I happen to bring along these three Hackysacks, Marge. Ja, mein Jonglier. Ich wollte das sehen. Ich bin nur hier, weil ich Marge jonglieren sehen will. Maybe you could use them for your juggling routine. I have never seen you practicing, so I'm very excited. Oh, for... sake. I'm not juggling. When Celine asked if I could get a flowers for the festival, I told her I was juggling enough already. I don't know how that turned me... turned into me performing, and if one more person asked me about it. Ich will fragen. Ah, well. Bummer. Ja, total, man. Ich könnte jetzt anfangen und nächstes Jahr dann... Ähm... Ist ja ready. Kann das voll gut. Hemlock is something, isn't he? Maybe we should talk to Adeline about the town hosting a concert or two. Well, it seems you had fun picking flowers. How lovely. Oh, ho, ho. Du nicht. Wer singt da? Elise? Elise singt. Okay. Und Hemlock spielt Gitarre. Most fish come out when it's sunny, but some prefer the rain. Da seh ich mich. Alter, ich hab doch schon mit denen allen geredet. Aber dann... gehen die irgendwo hin und dann... dann haben die noch... was anderes zu sagen. Okay. Not bad, Joel. But not that good either. Du sagst es. Aber ich mein, das ist schon... schon ein gutes Kompliment von Marsch, hätte ich jetzt gesagt. Und jetzt bleiben wir jetzt hier die ganze Zeit? Und reden 500 Mal mit den Leuten? Oder... Oder gehen wir jetzt wieder? Aber wir gehen einfach. Hehehe. Weiß ja nicht. Was wir hier noch sollen. Ich bin ein Freund mit dir. Ja, das hab ich befürchtet. Aber ich kann das nicht. Heima! Hello, Beta! How are you? I see an angry grass carton. Grass carton. Grass carton. I come to the stream, Beta. I'm not hungry. And I'm not dead. Einschmetterling! Mia! Oh! Butterfly! Ja! Was hab ich da schon ein? Hummingbird, Hawk Moth. Hummingbird, Hawk Moth. Hummingbird, Hawk Moth. Okay, hab ich nicht. Wir lassen das mal. Ich verschicke das. Ähm... Ja, die verschicke ich nicht, weil ich gucke, ob ich die dem Museum vielleicht einspielen kann. So, wer braucht denn den Zaun? Doch keinen Zaun. Brauch ich einen Zaun? Vielleicht brauche ich einen Zaun. I'm so proud of you, Mara. That I'm... Now... Not a dad? Oh wei! Actually, I like to hear that. I don't think anyone ever has been proud on me. Yes. Okay. That's not... A very high standard if you ask me, but okay. Happy to fulfill it either way. I guess. Aha! Oh nee, jetzt habe ich schon gleich keine Ausdauer mehr. Ich brauche ihm irgendwie mehr Ausdauer. Na komm! Nicht! Och man. Ich dachte, den schaffe ich noch. Dachte ich das schon. Äh, ich kann jetzt auch nicht ins Restaurant essen gehen in dem Fall. Shit. Ich könnte den Tee trinken, aber eigentlich finde ich das ein bisschen eine Verschwindung. Und dann gucken wir halt noch, ob auf dem Festival was geht abends. Schauen wir mal. Wow! I'm telling Bee! Who's Bee? Bee Hole! Was helping me put away some Tessari... What's that? For Luke's schooling. I'm sure he wants to study in the Capital One. Ah ja, bla bla bla. March has the pieces of your Reel all finished. He's just gotta put them together. Was? Oh, he's a lifesaver. Ach so, okay. My old fishing rod jams a lot these days. That's how the fish get away. So ein Reel. Okay. Leute, ich kann doch nicht 50 mal mit euch reden auf dem Festival. Also mit Henriette. Warte, das ist okay. Los, Marsch! Hoch da! Ich will jonglieren sehen. Diese habe ich jetzt Samen gekriegt. Ich muss gelesen. Danke für die Turnips haben. Soll ich die noch pflanzen oder? Hä? Ich müsste ihnen vielleicht doch zuhören. I'll try not to make that chose when my eldest is around. Moment, der steht doch gerade nicht hier. Die Frau steht doch gerade da. Wo gehst du hin, Marsch? How is it that I always see you running around in town? Don't you have work to do? Selber, wenn du mich immer siehst, heißt das ja, dass du mir immer zuguckst, anstatt sinnvolle Dinge zu machen. What? Just thought you might have something to want to upload. Cover up the seats, Adeline gave you much. Am I surprised? You are a real piece of wood. Okay, Moment. Wieso geben die mir alles Samen jetzt? Nicht gehen! Wir können nicht gehen. Gehen heim jetzt, oder? Hä? Ja. Okay, also 1950. Langsam endet wohl das Fest. Wieso geben die mir alle Turnips seats? Ich hab das nicht verstanden. Tschüss Henrietta! Tschüss! Tschüss, Del! Let his Beatles out, okay? It's great work out in Western ruins. Alter, wir hatten so viele Texte hier geschrieben! Das muss man ja wollen! I'm a soft person from last. Okay, that's B. Actually, my best friend's nickname is B. But not like English B. It's just a capital B and an I. There was a tunnel millipede at the museum. Looks like they are very good at borrowing. So I've loaded a plan for a light tunneling team made up of transcendent fields. What? What? Also, ich hoffe ja einfach, dass mir das auch alles einen Vorteil bringt, wenn ich so oft mit denen rede hier jetzt auf dem Festival. Deshalb bleibe ich eigentlich. Ich denke ans Kochen. I love the Saturday market. I always let her pick a treat when I take her. Mostly so, she doesn't run off. Race! Wir sind zur Werkstatt. Okay. Jetzt sind nur noch die Leute bei den Ständen da, wie es aussieht. Damit man auch mitten in der Nacht noch herkommen könnte und was kaufen. I always got pep in my step. Hallo Foxy übrigens. Herzlich willkommen im Stream, schön dass du da bist. Wir können übrigens mit dem Befehl... Moment. Aus. Mit diesem Befehl könnt ihr euch einen Banquo holen. Ich nicht. Ich muss noch 8 Minuten warten, dann kann ich meinen verändern. was ihr einen haben wollt. We are still placed in Aldaya, where lovers propose with feather pendants. Oh! Okay, I'm sure you can guess how I know. Oh! What is so proposed with no feather pendant? Okay, ich muss wieder eine Feder holen. Für einen Antrag. Wo krieg ich eine Feder her? Geh mir doch gleich nochmal mit rein. Hätte ich mir einfach so benehmen können. Vielleicht. Ich sollte ja noch die ganzen Hörneres pflanzen. Okay, also wir können das nicht jeden Tag machen. Immer 15 mal mit allen reden. Das geht nicht. Das geht nicht. So. So. Voll. Der eine einzelne Tör nimmt da. Okay. Gut. Und jetzt? Jetzt haben wir noch Energie. Vielleicht noch ein Fies oder so. Da da! Schraut. Okay. Energie. It's getting rather late. Shut up. Ich geh schon. Ich geh schon nicht. Ich fisse mir noch den Fisch. Okay, und dann speichern wir. Und dann gehen wir schlafen. Dann wollte ich Tee trinken, aber er ist zu warm. Dann muss ich halt besser trinken. Okay, ein Breath of Spring Plander würde 500 kosten, wenn man ihn kaufen würde. Das wollte ich eigentlich gucken. Und wenn man ihn verkauft, kriegst du nur noch die Hälfte dafür. Also lohnt es sich nicht, das zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Bei manchen Festivals in Harvest Moon gab es solche Items. So, was steht heute an? Wieso ist das rot? Weil das der heutige Tag ist vermutlich. Morgen! Morgen habe ich Geburtstag. Ob schon jemand kommt? Vermutlich nicht. Weil ich ja noch nicht... freundet bin mit allem. Ach nein! Mann, ich kann das nicht so gut. Ich kann irgendwie nicht so perfekt stehen. Ich meine, ja. Eine Erdbeere! Natürlich auch sofort weg. Ah, und die eine Tür nimmt mich. Meine Radieschen. Okay, ähm... Wie gesagt, wir waren, glaube ich, an der Miene. Vielleicht gehen wir wieder in die Miene. Und ins Museum. Jetzt haben wir wieder viel zu viel Scheiße. Wieso kann ich eigentlich... ähm... hier keine Sachen klauen? Mysterious looking chicken statue. There are shiny breads clindering from the bottom of its container. Und so Henriette. Meine beste Freundin hier ist das Huhn. Sie ist nicht da doch. Ich will das vorher gar nicht geben. Ich habe den falschen Topf getrunken. Okay. Jetzt habe ich so viele Sachen. Jetzt gehe ich lieber nochmal heim. Nein, ich gehe ins Museum. Ich... Ich glaube, wir brauchen eine Kiste in der Miene. Das ist das Nächste, was wir machen. Mal schauen, ob das geht. Was ist jetzt auch noch hier? What a chestnut. Was ist denn das auf Deutsch? Gibt es das? Auf Deutsch. Eine chestnut ist ja eine Haselnuss. Oder? Probiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, eine chestnut ist eine Haselnuss. Das müsste ja eine Wasser-Haselnuss sein. Kenn ich nicht. Nur den? Okay. Ja, und das große ist nicht die Motte, die ich habe. Okay. Okay. Wenn man in Don't Starve Schmetterlinge haut. Also tötet. Kommt, glaube ich, mit einer 5%igen Wahrscheinlichkeit Butter raus. Oh ja, vielleicht Waffen bräuchten wir vielleicht. Autsch! Bin ich nicht gerade selber getroffen? Ich glaube, ich finde es nicht. Also, ähm... Was habe ich jetzt gesagt? Machen wir eine Kiste in der Mine. Und Rüstung. Rüstung wäre auch mal gut. Die ist ziemlich laut, oder? Die muss ich hier... Was ist das? Haben wir das schon? Das mit den Monstern bin ich überfordert hier. Kann ich in die Lore? Nee, kann ich nicht. Was ist das? Süßwurz. Hehehehe! Aua! Aua! Hier kann man angeln. Na! Ich würde gerne angeln. Aber mit dem da wird das ja eher nix. Woops. Nein, shit! Shit, shit, shit. Aaaaaaaack. Gehe. Boah, also so fünf Ebenen Runde ist auch immer heftig irgendwie, krieg ich auch nicht hin. Wo gehst du denn hin? I regularly meet with my sister to discuss town medans. Ah, ich kann es nicht mehr einsammeln. Müll? Ich nicht. Naja, das bleibt ja da. Einfach morgen wieder. Oder vielleicht können wir noch was spenden und das dann einsammeln. Da. Oh, es geht halt schon. Es geht viel Zeit drauf in der Mühle. Viel Zeit drauf und viel Hausdauer verbraucht. Das ist Thursday. Das heißt morgen, morgen ist wieder Drama and Dragon Tag im Innen. Da freue ich mich drauf. Ach, das geht auch nicht. Aber Beeren sammeln geht noch. Wo geht ihr denn hin? So it's nice to be out and about. Seeing everyone working so hard, really fasst me ab. Wo gehen die hin? Ja komm, nimm das. Dann ist mein Inventar leichter. Is this the peter and sword for my potting soil mix? Thank you, Struggle. I grew these flowers with my last batch. I hope you enjoy them. Okay. Struggle, did you donate a shadow flower to the museum? Ja. I'd only read about it. There's something eerie about a flower that only grows in darkness. Moment, kann ich ihr jetzt dann gleich wieder? Ähm, eine Blume schenken vielleicht. Such a pretty flower. Yes. Yes. Guck mal, das Herzchen ist blau. Das Herzchen hat sich verbessert. Celine, wann heiraten wir? Such a pretty flower. Thanks for thinking of me, Struggle. Immer. Immer doch. Wir müssen wo die hingehen. Das sieht aus wie ein Mädelsabend, auf dem ich nicht eingeladen bin. Wir gehen ins Museum. Haha. Ich hab ein Blaues jetzt. Nee, die gehen nicht ins Museum gehen. Okay. Okay. Und weg sind sie. Ja. Da kommen sie. Dann kommen sie zu mir. Mein Geburtstag ist jetzt morgen. Ja. Ja. Die laufen hier einfach spazieren. Nee, am Strand. Sind die morgens um sechs Uhr oder so losgelaufen? Die brauchen ganz schön lange, bis die hier am Strand sind. Tagesaussflug zum Strand. Weil wir da sind, kommen wir wieder heim. Aha. Das hätte sie sich gesehen. Danke gleichfalls. Danke gleichfalls. I enjoy your chance. The waves and the light and reflection of the water are so peaceful. I'm just saying, if you start making puns like you're dead, I won't judge you. You can't help who you are. No. You have to tell me if I start doing it. We're friends. Right? Aha. Okay. Teretia kommt auch dazu. Sometimes the waves put me to sleep. And sometimes they wake me out. Okay. Und wie lange bleiben die jetzt da? Das wäre halt schon cool. Ich hätte noch ein bisschen Stamina und könnte wenigstens ein bisschen fischen gehen. Das sind auch Insekten, die ich noch nicht habe. Das müssen wir merken am Strand. Damit wir nicht mehr nehmen können. Ja, das war jetzt aber echt ein kurzer Ausflug. Nein, ernsthaft? Okay, sie gehen noch an den Strand. Laufen die den ganzen Tag an den Strand? Oh, ich hätte es gefeiert, wenn die um die Sandburg umgegangen wären und da gebaut hätten. Ich weiß das nicht. Gibt das viel Geld? Ach so, sie fragte ihn. Hey Celine, remember when you were little and decided to taste test all the candy in your family store? It was so much fun. After my mom called us, she made me do extra chores for a week to pay for it. And now that I think about it, you two never paid me back. Order whatever you want from the Eden, it's on us. I'll even whip it up for you personally. Die sind schon goldig. Ich hätte auch solche Fische. Aber ich bin die komische neue Farmerin, die nur hier zugezogen ist. Ah, shit, jetzt angel ich einen Fisch. Und hab keinen Platz im Moment. Ach, jetzt bleibt der hier am Strand liegen. Okay. Vielleicht werfe ich ne Schnecke oder so was weg. Ah. Na gut. Dann gehen wir mal heim. Die bleiben lange da, wenn die jetzt noch so lang für die Rückreise brauchen. So. So. Moment, das muss ich behalten. Vielleicht kann man das ja dem Museum spenden. Eigentlich ist das nervig mit dem Museum. Weil du immer aufpassen musst. So, okay, was spende ich, was nicht. Doch ist das mein ganzer Thronplatz. Der geht auch bald leer hier. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also, nicht vergessen morgen. Mein Geburtstag. Und Drama and Dragons. Boah, das wird aber ein schöner Geburtstag. No reward. Mein Geburtstag. Mein Geburtstag. Aber meine einzige Freundin ist nicht. Äh. Ne. Grüne Dame. Patron Struggle. I'm glad to see you've come across Sweetroot in the Mines. An excellent fiend. Okay, und ich dachte schon. Ich dachte schon, der schickt mir eine Geburtstagskarte. Hier ist die Simperis. Hier ist die Recipe für Baked Sweetroot. Passed onto me when I was just a Greenhorn. Schön, dass ich die Sweetroot spendet hab. Und es keine mehr habe. Der Unusual Seed. Kannst du zu meinem Haus kommen, wenn du einen Moment hast? Ich habe eine Frage über die Flauer, die ich hoffe, du kannst helfen. Okay. Der Milch. 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 Wow. Ich dachte wirklich. Jemand hat an meinem Geburtstag an mich gedacht. Hab ich jetzt echt gedacht. Aber nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö herstellen und verschicken. Ah struggle happy friday. Will you be going to the inn tonight with your fellow townswalk? Ich hab Geburtstag! Digging up uncommon artifacts will become more likely. Digging up heat, salt and clay will sometimes drop double. Divespots can now contain sunken artifacts. Was für Divespots? Additional digsides will appear daily at the western ruins. Muss ich diggen? Nö, das machen wir nicht. Marita Lamas Bonita. Hello Pablo. Just told you we are the most beautiful. Thank you. Thank you. How are you Pablo? Welcome to the stream. Hay and grass seeds drop a double the usual amount. Animals? Hab ich keine. Chicken and cows? Hab ich keine. Animal eats crops? Ich hab keine animals. Hammer time! Um yeah, das ist dann ja. German check. Extra piece of wood. Extra piece of stone. Forgeable. Man das. Abergeräum. Why didn't you start to any ripoff game? What do you get?